hallo und herzlich willkommen noch mal zurück anders als im letzten video gesagt ist das doch noch nicht das letzte video gewesen ich wollte einfach nur noch mal ein paar ergänzungen zum vorher zum tutorial machen beziehungsweise zum fertigen code denn mir sind ein paar sachen aufgefallen vor allem eine sache ist mir aufgefallen und das ist hier dass ich diesen ganzen klumpad hier einfach oben dran geklebt habe und das ist jetzt muss nicht sein sagen wir mal so denn besser wäre es diesen ganzen kram direkt hier in die love load funktion zu packen dafür sehr im grunde da dass das halt vorm spielstart alles ausgeführt wird und dann ist hier nichts unnötiges mehr außerhalb der love funktion und eine weitere sache noch ist die ich auch gefragt wurde genau wie man einen eigenen fenstertitel machen kann jetzt muss ich aber ganz kurz mal hier das sind meine ganzen test dateien so ich hoffe es ist hier alles richtig ja okay das habe ich jetzt nur gespeichert ich probiere es noch mal aus hier und wir sehen ich habe sie abgeändert aber das spiel funktioniert trotzdem was man jetzt auch sieht ist das game in die kids was made for version 0.9.2 und ja und was man hier noch sieht ist dass hier oben kombu snake tutorial steht wie ich das gemacht habe ist ganz einfach man muss im gleichen ordner wie main datei einfach eine c u n f also configuration dort lua datei erstellen und in dieser datei könnt ihr dann nämlich einerseits den titel des fensters ändern und auch hier die version angeben mit der das spiel gemacht wurde damit läuft die direkt diese warnung ausgeben kann falls jemand jetzt das spiel mit einer anderen version von love ausführt damit er da direkt bescheid weiß wo der fehler liegt ich glaube 0.10.1 ist das aktuelle die aktuelle version heute dann gibt es ja auch die möglichkeit eine konsole zu aktivieren die hatten wir hier gesehen das ist diese hier und ja es ist 0.10.1 die version deswegen kommen jetzt auch keine fehlermeldung mehr und diese konsole habe ich jetzt hier nur zu testzwecken drin kann ich also raus machen und wie man hier auch sieht kann ich mit t punkt window width and height die auflösung konfigurieren starte nochmal und jetzt sehen wir haben wir auch keine konsole mehr und ja im grunde war es das auch schon also ich wollte nur noch mal diese kleinen sachen hier zeigen in der video beschreibung findet ihr auch noch mal einen link zu den möglichkeiten die man hier in der konfiguration hat denn das bietet er doch noch mal einige sachen die man hier machen kann also ihr seht ja den code einfach nur fangt schon love punkt kommt und dann in klammern t und dieses t kann man dann hier verwenden beziehungsweise diesen parameter kann man hier verwenden um halt auf die einzelnen eigenschaften zuzugreifen um halt dann noch andere sachen einzustellen wie eben halt die auflösung die versionen fenstertitel etc pp und da gibt es halt auch noch viele weitere möglichkeiten was man damit machen kann und die werde ich jetzt mal nicht einem einzelnen hier noch mal aufbröseln das könnte dann einfach selbst nachlesen ja je nachdem was ihr dann davon entsprechend braucht so ich hoffe das waren nochmal hier zwei drei nützliche tipps die ich hier ergänzen konnte und ja ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel spaß damit wenn ihr irgendwann mal ein anderes spiel außer snake macht lasst es mich wissen und dann werde ich die auch vielleicht mal präsentieren das ist auch so ein vorhaben dass ich noch vor habe vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal tschüss tschüss